Mikrowelle mit einfachen Hausmitteln reinigen, so geht's. Diese Mikrowelle steht schon seit Monaten ungebraucht bei uns im Atelier. Ungebraucht heisst allerdings nicht sauber, unsere ist jedenfalls verschmutzt. Und diese wird jetzt gereinigt und das sollte mit diesem Trick ganz einfach funktionieren. Wir nehmen eine Tasse mit Wasser und geben einen Schuss Essig sowie den Saft einer halben Zitrone rein. Die ausgedrückte Zitronenhälfte darf auch gleich mit rein. Und so kommt die Tasse in die Mikrowelle, welche wir auf höchster Stufe 5 Minuten laufen lassen. Durch den Dampf werden die Verunreinigungen aufgeweicht, Essig und Zitrone helfen den Schmutz zu bekämpfen. Ausserdem riecht es dank der Zitrone danach frisch und nicht nach Essig. Die Tasse entfernen und alles mit einem Lappen abwischen. Falls nötig, den Lappen zwischendurch mit frischem Wasser spülen. Am Schluss alles nachtrocknen. Unsere Mikrowelle strahlt wieder fast wie neu und kommt ab sofort definitiv wieder öfters zum Einsatz bei uns. Habt ihr Wünsche, was wir für Mikrowellenvideos drehen sollen, Tipps und Tricks oder habt ihr ein Problem mit eurer Mikrowelle? Wir suchen nach der Lösung und versuchen euch ein Video damit zu machen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Hack. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020